Warten ist derzeit angesagt, auf den Frühling, aber auch auf den Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt. Zwar ist die Arbeitslosenquote im Allgäu leicht zurückgegangen, von 3,7 auf jetzt 3,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der März 2013 aber eher schwach aus. Wir hatten ja im Gegensatz zu den letzten Jahren einen März, der von Kälte und Schnee gekennzeichnet war und demzufolge hat sich auch der Arbeitsmarkt entwickelt. Denn die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zu früheren Jahren dieses Jahr relativ gering zurückgegangen. Sie ist zurückgegangen, das ist erfreulich, aber es waren dieses Jahr nur 350, die weniger arbeitslos waren als im Februar. Derzeit sind im Gebiet der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen 12.355 Menschen arbeitslos gemeldet, 2,8 Prozent weniger als im Februar. Die höchste Arbeitslosenquote im März verzeichnet die Geschäftsstelle Kaufbeuren mit 4,6 Prozent, gefolgt von der Geschäftsstelle Sonthofen mit 4,1 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote melden die Geschäftsstellen Magdoberdorf, Mindelheim und Memmingen mit jeweils 2,9 Prozent. Im Landkreisvergleich hat das Unterallgäu weiterhin die niedrigste Quote. Sie lag im März bei 2,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist sie damit um 0,2 Prozentpunkte gesunken. Viele Menschen sind von der Witterung betroffen. Gerade die Außenberufe, denken Sie an den Garten- und Landschaftsbau, denken Sie an das Baugewerbe insgesamt. Und der März war geeignet, eben die Arbeit zu verhindern in diesen Bereichen. Und deswegen sind nicht so viele Arbeitnehmer zurückgerufen worden. Das erkennt man im Übrigen auch daran, dass der Anteil der Männer an der Arbeitslosigkeit nach wie vor überdurchschnittlich ist. Erfreulich sei aus Sicht der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze gestiegen sei. Das hätte die Auswertung der Daten vom Herbst 2012 ergeben. Demnach sind Ende September im Allgäu 238.000 Menschen einer derartigen Beschäftigung nachgegangen.